Du hast über 300 Abonnenten und weißt einfach nicht, wie es weitergeht? Die Aufrufezahlen bleiben aus und weißt nicht, woran es liegt? Du hast keinerlei Ideen für neue Videos und weißt überhaupt nicht, warum und dir kann überhaupt keiner helfen? Keine Ideen. Hier ist die Lösung. Komm zu uns ins Handy-Team-Netzwerk und dir wird geholfen. Garantiert. Aber Moment, du wirst jetzt denken, was soll mir das bringen? Ich kann es dir sagen, tu dich mit anderen Usern zusammen, macht mit ihnen zusammen ein Video und auch andere User werden deine Fähigkeiten und deine Qualitäten zu schätzen lernen und dementsprechend natürlich auch deinen Kanal anklicken. Das wird deine Abonnenten als auch deine Aufrufezahlen drastisch erhöhen. Aber was bringt dir das jetzt gegen die Einfallslosigkeit deiner Videos, falls du wirklich mal einen Tiefpunkt oder eine Flaute hast in deiner Kreativität? Kein Problem, bei uns im Netzwerk haben wir einen separaten Skype-Chat, wo sämtliche User aus dem Handy-Team-Netzwerk vertreten sind und dir dabei helfen können, dich wieder voll kreativ auszuleben und deine Videos noch ein bisschen zu steigern. Natürlich bietet das Handy-Team-Netzwerk auch andere Vorteile. Du hast zum Beispiel keine Ahnung von den YouTube-Richtlinien oder weißt dich damit umzugehen? In Sachen Copyright kennst du die Richtlinien nicht so genau und weißt auch gar nicht, wie du damit umgehen sollst? Kein Problem, Marvin und die krassen Duots, so wie ich es so schön nenne, die können dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für euch, richtig, richtig krass. Okay, das geilste Typ der Welt ist gerade schon dran, das zu klären, also Marcel, Domi und Justus untersuchen die ganze Sache genauer und dann haben wir da die Ergebnisse, also die gucken da auch wirklich nochmal genau drauf an. Damit wir halt jetzt auch keinen Fehler machen, wenn wir den jetzt rausschmeißen und dann sich herausstellt, dass es eigentlich gar nicht so ist. Und dir zu helfen, dass du die YouTube-Richtlinien verstehst, als auch bei Corporate-Sachen keine Bedenken mehr haben musst. Aber abgesehen von rechtlichen Fragen haben wir auch viele Intro- und Grafikdesigner, die dir dabei helfen können, deinen Channel den letzten Schliff zu verpassen. Du hast noch keinen Merchandise? Auch kein Problem, bei Honeyteam in unserem Shop kannst du dein Merchandise anbieten und zum Verkauf in deinen Videos präsentieren, wo du dann natürlich auch bei der letzten Verlosung dann Gutscheincodes verlosen kannst, um bei deinen Abonnenten nochmal richtig Punkte zu sammeln. Und was ist meine Rolle in der Geschichte? Ganz einfach, ich und 4Gamer sind die Ansprechpartner von Honeyteam. Bei internen Fragen oder Problemen stehen wir dir zur Seite und versuchen diese zu besprechen und zu lösen. Aber Moment, du wirst dich jetzt bestimmt fragen, wie kann ich mich überhaupt bewerben? Ist ganz einfach, geh einfach auf Honeyteam.net, füll das Formular aus, sende es ab und vielleicht bist du dann ein vollwertiges Mitglied in unserem Netzwerk. Und wenn du das dann alles geschafft hast, kannst du dich beim größten Event von Honeyteam beweisen, indem du dein Video einsendest und der nächste Channel of the Year beim Battle of the Users wirst. Wo dann hunderte von Zuschauern dein Video schauen können, bewerten und vielleicht ihre Stimme für dein Video abgeben, dass du den Bronze-Playbutton mit nach Hause nimmst. Das übrigens von mir und dem coolsten Chef der Welt, nämlich Honey, höchstpersönlich moderiert wird. Und wenn wir dich jetzt davon überzeugen konnten, dem Netzwerk beizutreten, wirst du dich jetzt bestimmt fragen, wo ist der Haken, was kann ich fürs Netzwerk tun, dass sie mich aufnehmen? Nichts! Das ist ja das Schöne. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass du engagiert, motiviert bist und die Hauptsache an Videos machen hast. Spaß! Denn wir haben ganz viel davon. Und wenn dich das jetzt überzeugt hat, dann werde ich jetzt Teil der Community. Honeyteam, Hauptsache ihr habt Spaß. Hey! Hey!